Die Brennnessel ist, wie man hier schön sehen kann, hauptsächlich an schattigen und sehr feuchten Orten zu finden. Von der Brennnessel lässt sich im Prinzip die gesamte Pflanze verwenden. Ich kann von den Blüten bis zur Wurzel alles irgendwie verwerten. Und jetzt zeige ich mal den Trick zum Abpflücken, wie ich das mache, ohne mich zu nesseln. Ich pflücke die Pflanze, ich greife die am Stiel. Die Nesselhaare an der Brennnessel, wie man sie hier am Stiel sieht, sind immer von unten nach oben gerichtet. Das heißt, wenn ich die Pflanze von oben so anpacke, dann würde ich mich nesseln. Dann fasse ich in die Haare rein, die brechen ab und schießen mir in die Haut und verbrennen mich. An den Blättern sitzen die Haare an der Unterseite. Die Oberseite hat eigentlich keine, die kann ich gefahrlos anfassen. Und um diese Nesselhaare jetzt zu brechen, sodass sie mich nicht mehr stechen können, fasse ich die Pflanze einmal ganz beherzt an und ziehe sie so durch die Hand durch. Und wenn ich das mehrmals mache, brechen alle Brennhaare ab und die Brennnessel tut mir nichts mehr. Wenn noch Brennhaare dran sind, dann gehen die beim Waschen und Kochen und Zubereiten verloren. Die Brennnessel lässt sich in der Küche komplett als ganze Pflanze verwenden. Am meisten werden wahrscheinlich die Blätter verwendet. Die hier sind jetzt schon ein bisschen alt. Könnte man klein gehackt als Spinnaht verwenden oder getrocknet als Tee. Die Wurzel verwende ich als Tinktur, die kann ich in Alkohol ansetzen oder als Tee kochen. Und wir verwenden hauptsächlich für Salate, Smoothies und auch für den Spinnaht diese Spitze. Die letzten paar Blätter, die sind noch zart, die lassen sich auch so mit dem Finger leicht abzwingen. Diese zarten Brennnesselspitzen verwende ich beim Frühstück. Die werden zu frisch gepresster Orange dazugesetzt, ungefähr halbe, halbe. Und das Ganze wird noch mit Nüssen und Honig ein bisschen aufgedonnert. Und das ist fast mein tägliches Frühstück. Und das macht sich auch bemerkbar. Die Brennnessel entschlackt. In der Erkältungszeit nutze ich getrocknete Brennnesselblätter als Hustentee. Das funktioniert auch sehr gut. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017